Moin Community und willkommen im Brennspielzimmer, heute zu einem neuen Regelvideo. Und zwar dreht sich heute alles um das Plättchen-Legespiel Dorfromantik Sakura. Ja, ihr habt richtig gehört, Dorfromantik. Die Familie bekommt Zuwachs. Und dieses Mal haben wir ein etwas schwereres Dorfromantik mit dem Japan-Setting. Das frühere Dorfromantik war ab 8, hier ab 10. Die Spieldauer war 30 bis 60 Minuten, hier 30 bis 90 Minuten und 1 bis 6 Spieler, das ist identisch. Beim normalen Dorfromantik hattet ihr später 5 Boxen, die ihr auspacken konntet, mit noch mehr Zeug drin. Und hier habt ihr sogar 6. Sprich, es dauert etwas länger, dadurch auch die Spielzeit. Und es gibt noch mehr Möglichkeiten hier, wie ihr Punkte bekommt und ihr könnt der Punktejagd nachgehen. Wie immer als kleine Info, mit 6 Spielern würde ich es nicht unbedingt spielen, da es ein kooperatives Spiel ist. Ich würde es am liebsten mit 2 bis 4 Leuten spielen, das ist richtig gut. Oder halt Solo, wenn ihr Solo-Spieler seid. Kennt ihr noch gar kein Dorfromantik? Schaut gerne meine Anleitung zum Spiel des Jahres einmal hier. Und Dorfromantik das Duell, da findet ihr auch hier eine Anleitung. Aber worum geht's überhaupt? Wir spielen kooperativ Dorfromantik Sakura. Das bedeutet Kirschblüte. Und was machen wir? Wir platzieren Landschaftsplättchen und Auftragsplättchen und müssen dann Aufträge erfüllen. Und desto besser wir das machen, desto mehr Schritte können wir auf der Kampagnenleiste vorangehen. Und dadurch schalten wir wieder weitere Sachen frei, dadurch bekommt ihr dann wieder die Chance, mehr Siegpunkte in einem einzigen Durchgang zu machen. Wie immer bekommt ihr hier die ausführliche Regelerklärung inklusive Spielaufbau und Spielablauf, kurz und knackig. Sucht ihr weitere Regelerklärungen, schaut hier oben in die Infobox und habt ihr Fragen oder Anregungen ab unten in die Kommentare. In der allerersten Partie gibt es für Dorfromantik erfahrene Spieler, noch nicht so viel Neues. Das kommt erst über die Boxen dazu und dann wird es schön lang und auch etwas knackiger. Aber jetzt verlieren wir keine Zeit. Auf geht's zu den Kirschblüten. Eine kurze Übersicht. Wir haben 43 Landschaftsplättchen. Da haben wir fünf unterschiedliche Landschaftsarten und es gibt Fahnen da drauf. Das kennt ihr ja schon. Dann haben wir die 30 Auftragsplättchen und die dazugehörigen 30 Auftragsmarkern. Reisfelder, Kirschbaum, Dorf, Straße und Fluss. Jeder dieser Stapel besteht aus sechs Plättchen, zweimal vierer, zweimal fünfer und zweimal sechser. Kommen wir jetzt zur Spielvorbereitung. Wir mischen die Landschaftsplättchen ordentlich und entfernen drei Stück und packen die wieder in die Schachtel. Danach mischen wir alle Auftragsplättchen. Dann sortieren wir die Auftragsmarker nach den Farben und mischen jeden Stapel. Wertungsblock und Kampagnenblock legen wir bereit, genauso wie ein Stift. Und wichtig, die sechs Schachteln lässt dir geschlossen. Sie werden erst bei Aufforderung geöffnet. Kommen wir jetzt zum Spielablauf. Bestimmt jemand, der von euch Startspieler wird und führt dann die Züge nacheinander im Uhrzeigersinn durch, bis das Spielende eintritt. Bist du am Zug, deckst du entweder ein Landschafts- oder ein Auftragsplättchen auf. Aber dafür gibt es bestimmte Regeln. Und die legst du dann entsprechend der Legeregeln hier auf die Spellfläche an. Wichtig, ihr könnt darüber diskutieren, wo ihr am besten das Plättchen positionieren wollt. Gemeinsam selbstverständlich. Aber der Spieler, der am Zug ist, entscheidet dann endgültig. Welches der Plättchen du ziehen musst, das entscheidet sich über folgende Regeln. Dazu kommen wir jetzt. Decke in den ersten drei Zügen einer Partie jeweils erstmal ein Auftragsplättchen auf. Und immer, wenn du ein Auftragsplättchen aufdeckst, deckst du auch einen passenden Auftragsmarker auf. Farblich passt der, wir legen ihn drauf. So, das war der erste Zug. Jetzt kommt der nächste Spieler dran. Er muss ja auch ein Auftragsplättchen ziehen. Überlegt sich, wie legt er es am besten an. Er entscheidet sich so und muss auch ein grünes Plättchen ziehen. Dann ist der nächste Spieler dran. Er deckt auch ein Plättchen auf. Überlegt, wie legt er es an. Er denkt sich, das sieht ganz gut aus. Und zieht er auch hier einen Auftragsmarker und platziert es. Prüfe jetzt bei jedem weiteren Zug immer, wie viel Auftragsplättchen mit Auftragsmarkern hier auf der Spielfläche liegen. Hier haben wir zwei Möglichkeiten. Die zweite Möglichkeit A liegen weniger als drei Auftragsplättchen mit Markern aus. Dann deckst du ein Auftragsplättchen auf und platzierst es mit Marker. Selbstverständlich immer die Legeregeln achten. Aber die Möglichkeit 2, nämlich B liegen hier drei Auftragsplättchen mit Markern aus. Dann deckst du ein Landschaftsplättchen auf und legst es den Legeregeln entsprechend an. Also in unserem vierten Zug liegen drei aus. Dann decken wir jetzt ein Landschaftsplättchen auf. Wir überlegen uns das so anzulegen, dass wir hier schon mal eine Dreierfläche haben. So, kommen wir jetzt zu den Legeregeln. Wo und wie musst du die Plättchen anlegen? Grundsätzlich gilt, alle Plättchen müssen immer zusammenhängend, sprich angrenzend, gelegt werden. Das bedeutet, dass du jedes Plättchen mindestens mit einer Kante verbunden anlegen musst. Darüber hinaus gibt es nur zwei weitere Vorgaben. Nummer 1, du musst Kanten mit Straße und Fluss passend fortsetzen. Du darfst somit nicht eine Kante mit Wasser an eine Kante ohne Wasser anlegen. Also, das hier wäre verboten. Wasser muss Wasser weiterführen. Das wäre erlaubt. Genauso wie das nicht erlaubt ist. Das gleiche gilt auch bei der Straße. Straße muss immer weiter an Straße gelegt werden. Also, so geht es. Aber selbstverständlich dürfen wir mehrere Straßen oder Flüsse bilden. Jetzt hätten wir ja eine Straße und hier hätten wir noch eine Straße. Du musst nicht eine Straße oder einen Fluss permanent weiterführen. Du kannst auch eine neue Straße gründen, sozusagen. Dann kommen wir zur zweiten Vorgabe. Für die Landschaftsflächen, Kirschblüten, Dorf, Reis sowie Wiese gilt hingegen, dass du solche Kanten beliebig anlegen darfst. Also, ich dürfte diese Kirschblüte hier auch an den Reis anlegen oder ans Dorf, aber nicht an die Straße oder ans Wasser. Jetzt hätten wir hier vier Reisfelder angrenzen. Jetzt würde was mit dem Auftrag passieren, aber das verschieben wir noch ein bisschen. Dazu kommen wir später. Kommen wir jetzt zu Aufträge erfüllen. Auf jedem Auftragsmarker steht eine Zahl 4, 5 oder 6. Diese Zahl gibt an, aus wie vielen Plättchen, entweder Landschaft oder Auftrag oder noch freigeschaltete Sonderplättchen, das bestehende Gebiet bzw. Straße oder Fluss genau bestehen muss, damit dieser Auftrag als erfüllt gilt. Ein Gebiet bilden immer Plättchen mit einer Landschaftsart, die über passende Kanten verbunden sind. Auftragsmarker können sofort beim Auslegen erfüllt werden. Also, zu dem Thema, was wir gerade hatten. Ich würde das hier anlegen. Jetzt hätten wir 1, 2, 3, 4 Plättchen, die aus Reis bestehen und würden jetzt diesen Marker nehmen und zu uns legen. Der ist erledigt. Ganz wichtig, jetzt liegen ja nur noch zwei Auftragsplättchen mit zwei Auftragsmarkern in der Spielfläche. Sprich, der nächste Spieler, der jetzt am Zug ist, der muss wieder ein Auftragsplättchen ziehen, denn wir haben ja weniger als drei. Also muss er einen ziehen und er platziert ihn hier direkt mit einem Marker. Und das hatten wir ja gerade schon, 1, 2, 3, 4, 5. Der Auftrag ist sofort erfüllt. Der Spieler ist fertig. Jetzt ist der nächste Spieler dran. Auch hier, wir haben weniger als drei. Also muss er hier was aufdecken. Und das, was ich euch gerade gezeigt habe, du darfst auch Auftragsplättchen an Gebiete anlegen, in der sich schon ein oder mehrere Auftragsplättchen befinden. Mit oder ohne Marker. Aber du darfst Auftragsplättchen nicht so an ein Gebiet anlegen, zum Beispiel so, denn im Moment des Anlegens besteht das Gebiet aus mehr Plättchen, als der darauf liegende Auftrag fordert. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Plättchen. 6 Plättchen Reis, aber der Auftrag fordert nur 4. Und es ist auch verboten, ein Auftragsplättchen so anzulegen, zum Beispiel hier, dass das Gebiet abgeschlossen ist, wie in unserem Fall, Dorfgebiet, Dorfgebiet und rumherum ist alles abgeschlossen. Sprich, dieses Dorf 2er Gebiet kann ich nicht mehr vergrößern, so dass ich kein Dorfgebiet 4 überhaupt mehr schaffen kann. Somit ist der Auftrag beim Anlegen sofort nicht mehr erfüllbar. Aber es ist erlaubt, den Auftrag so hinzulegen. Und wenn dann in einem späteren Spielzug ein Dorfplättchen hier so platziert und dann 1, 2, 3, 4, 5 Dorffelder auf einmal im Gebiet sind, dann haben wir ja das nicht erfüllt, beziehungsweise können wir das nicht erfüllen, dann wird dieser Auftrag abgebrochen. Und der Auftragsmarker kommt wieder in die Schachtel. Und durch das Legen eines Auftragsplättchen ist es erlaubt, mehrere Auftragsmarker gleichzeitig zu erfüllen. Sobald der Stapel der Aufträge aufgebraucht ist, könnte keine weiteren Aufträge mehr ins Spiel bringen. Setzt dann das Spiel normal fort und zieht nur noch Landschaftsplättchen bis zum Spielende. Kommen wir jetzt zu den Fahnen. Zu Beginn der Kampagne gibt es drei Fahnenplättchen, grün, rosa und rot. So ein Plättchen mit Fahne darfst du wie jedes andere Plättchen mit den entsprechenden Legeregeln hier platzieren. Dann kommen wir auch gleich zu Siegpunkte über Fahnen. Am Spielende schaut ihr, ist das Gebiet, in dem sich die Fahne befindet, also das Dorfgebiet, abgeschlossen. Hier ist es abgeschlossen, da ja. Aber hier haben wir eine offene Stelle, also ist es nicht abgeschlossen. Und für diese Fahne bekommen wir keine Siegpunkte. Würde es aber wie folgt aussehen. Jetzt hätten wir das ganze Dorfgebiet komplett abgeschlossen. Und jetzt würden wir die Plättchen zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also bringt uns diese Fahne in einem abgeschlossenen Gebiet fünf Siegpunkte. Kommen wir jetzt zum Spielende. Sobald ihr ein Landschaftsplättchen aufdecken und anlegen müsst, aber alle Landschaftsplättchen aufgebraucht sind, endet die Partie sofort. Noch nicht aufgedeckte Auftragsplättchen kommen in dieser Partie nicht ins Spiel. Erfüllt ihr mit dem allerletzten Anlegen des Landschaftsplättchen noch einen Auftrag oder es wird ein Auftrag abgebrochen, geht die Partie mit dem Aufdecken von Auftragsplättchen weiter. Bis ihr keinen weiteren Auftrag mehr erfüllt, dementsprechend, wenn ihr hiervon drei Liegen habt und dann wieder so einen ziehen müsst, dann ist die Partie aber wirklich zu Ende. Pro Partie benötigt ihr dann direkt ein Wertungsblatt. Das Ergebnis wird dann anschließend auf dem Kampagnenblatt übertragen. Kommen wir jetzt zur Wertung am Spielende. Als allererstes tragen wir hier die Anzahl der Partien in der laufenden Kampagne ein. Beim ersten Spiel eins. Dann kommen wir zu Aufträgen. Da schaut ihr euch alle Auftragsmarke an, die hier liegen und addiert. Hier Splütenpunkte, Reispunkte, Dorfpunkte, Straßenpunkte, Wasserpunkte. Die beiden Spalten ignoriert ihr, die werden erst später freigeschaltet. Dann kommen wir zu den Fahnen. Das habe ich euch ja gerade schon im Fahnenabschnitt erklärt. Abgeschlossen gleich Siegpunkte, abgeschlossen gleich Siegpunkte, abgeschlossen gleich Siegpunkte, sonst keine. Dann schaut ihr euch die längste Straße und den längsten Fluss an, dann hier freigespielt. Beachtet zu Beginn der Kampagne diesen Bereich nicht. Erst wenn ihr neues Spielmaterial ausgepackt habt, könnt ihr auch hier Punkte eintragen. Kreuzt am besten zu Beginn der Partie auf dem Wertungsblatt an, welche Erfolge ihr bereits freigeschaltet habt. Dann könnt ihr noch notieren, wer mitgespielt habt, wann das war und dann addiert ihr alles und habt euer Endergebnis. Dann kommen wir zum Kampagnenblatt. Hier Highscore-Liste, der Forschungsfahrt und die Liste freigespielter Erfolge. Dann notieren wir euren Highscore. Nehmen wir an, wir hätten 125 Siegpunkte bekommen. Dann würden wir das abrunden auf die nächstniedrige Zahl, also 120. Und dann würden wir hier bei der Krone eintragen, in welcher Partie der Kampagne wir das erreicht haben. Also in unserem Fall 1. Wichtig, ihr könnt ein Ergebnis auch mehrmals erreichen. Das mittlere Feld mit dem X zeigt euch an, wie viele Felder ihr hier auf dem Fortschrittsbaum ankreuzen dürft. Das machen wir auch jetzt. Wir beginnen hier beim Start. Dann werden immer die weißen Kreise durchgestrichen. Erreicht ihr bei eine grüne Box, müsst ihr dort das Quadrat durchstreichen. Bei einem Viereck oder einem Sechseck wird immer was freigeschaltet. Solltet ihr also wirklich zwei Schritte laufen, öffnet ihr danach Box 1. Ist irgendwo ein Schloss abgebildet mit Ziffer, also hier zum Beispiel die 2 bei See, dann nehmt ihr aus der entsprechenden Schachtel die angegebene Erfolgskarte, geht dann entsprechend des Textes auf der Karte vor und nehmt euch gegebenenfalls weiteres Material aus der Schachtel. Freigespieltes Material fügt ihr den Anweisungen der jeweiligen Karte dem Spiel hinzu. Grundsätzlich gilt, kreuzt zunächst in der Liste ganz rechts hier an, was ihr freigeschaltet habt. Alle Erfolge sind alphabetisch angeordnet. Alles freigespielte Spielmaterial kommt dann in allen weiteren Partien immer zum Einsatz. Ganz wichtig, wenn ihr die Schachtel öffnet, lest euch zunächst die allererste Karte des Inhaltes gut durch, in dem wird dann alles weitere beschrieben. Und prüft am Ende jeder Partie, ob ihr Bedingungen von Erfolgskarten erfüllt habt. Ist dies der Fall, dreht ihr sie um und folgt dann wieder den Anweisungen auf der Rückseite. Und noch kurz zur Kampagne. Ihr könnt jederzeit eine Kampagne unterbrechen, um eine neue zu beginnen oder eine andere Kampagne mit einer anderen Gruppe fortzusetzen. Nutzt dazu einfach die Inhaltskarten der Schachteln, um das Material wieder an die richtige Stelle zurückzuräumen. Die Übersicht hier am rechten Rand der Kampagne zeigt euch immer an, was ihr in der jeweiligen Kampagne bereits freigeschaltet habt. Und das war es dann auch schon mit der Regelerklärung zu Dorfromantik Sakura. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Habt ihr jetzt irgendwelche Fragen zu eins der drei Dorfromantik-Spiele? Dann ab unten in die Kommentare und sucht ihr weitere Regelerklärungen, schaut hier oben in die Infobox. Hier findet ihr mittlerweile über 305 Stück. Wir sehen uns in der Zukunft. Ganz liebe Grüße. Ciao.